Meine Damen und Herren, das ZDF präsentiert Roberto Blanco. Puppespiele von Mexiko, war einmal traurig und einmal froh. Und wie erfüllte sowas ein Stück, nicht immer endet ein Spiel im Glück. An jeden kannte Enuman sein gern, viele kamen von nah und fern. Zu Alibaba und Domino, zum Puppespiele von Mexiko. Puppespiele von Mexiko, war einmal traurig und einmal froh. Und wie erfüllte sowas ein Stück, nicht immer endet ein Spiel im Glück. An jeden kannte Enuman sein gern, viele kamen von nah und fern. Zu Alibaba und Domino, zum Puppespiele von Mexiko.